Bitte suche, klopfe an. Ein Teil der Bergpredigt Jesu. Das erzählte Jesus den Menschen in seiner berühmtesten Predigt auf einem Berg. Bitte um etwas und es wird dir gegeben. Suche und du wirst finden. Klopfe an und dir wird die Tür geöffnet. Jeder der bittet, dem wird gegeben. Jeder der sucht, der wird finden. Jeder der anklopft, dem wird die Tür geöffnet. Wer gibt denn seinen Kindern Steine, wenn sie um Brot bitten? Wer gibt ihnen Schlangen, wenn sie um Fisch bitten? Wenn schon ihr oft so bösartigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, wenn sie euch bitten, wie viel mehr wird Gott, der ein guter Vater ist, euch geben, um was ihr ihn bittet? Also behandle andere Menschen, so wie du selbst behandelt werden möchtest.